hallo zusammen und willkommen zur paktbeschwörung was ist gut was ist schlecht an der paktbeschwörung schlecht sind die preise wie viele juwelen ihr für so eine beschwörung ausgeben müsst weil das ist echt schon ein unterschied zu sonst was ist gut es gibt nicht die klassische heldenkategorie und die vorgestellten helden haben eine ok chance also wenn ihr mehr als einen braucht dann ist die chance ok insgesamt ja sind wir wieder bei den 3,8 prozent bzw 2,5 plus 1,3 bonuszug auf legendäre helden die man möchte aber hier kann halt ziemlich viel drin sein und ja die dreier die hier drin sind kann halt fast alles sein was mir persönlich bisschen freude machen würde ist klar irgendwas zu bekommen was ich noch nicht habe und was gut ist und wo ist denn hier der vier sterne schnuppi von vom pakt der fehlt mir noch den habe ich wahrscheinlich schon überblättert wo ist genau hier ist er der fehlt mir und den hätte ich gern und alles andere ja sie würde mich krass freuen sie würde mich freuen ihn nehmen wir auch mit sie würde mich auch noch freuen eine zweite und wir machen eine dreißiger und dann ja hoffen wir dass das ausreicht um irgendwas zu bekommen grün schon die evelyn angegrinst so da haben wir wieder dawn habe ich aber schon zweimal mehr brauche ich die auch nicht die zweite ist noch nicht mal gelevelt weiß ich nicht ob ich das mache bin ich noch am überlegen misandra bist du mein legendärer held ich glaube dich habe ich letztens schon beim pakt bekommen du bist doch keine vorgestellte paktheldin auf jeden fall was für einen seelentausch die gute misandra jetzt wackelt es in der dreierregion rum jetzt haben wir richtig qualität gesehen oh ja das kann ruhig jetzt wieder nach oben gehen geht es aber nicht ich habe keine ahnung wie viel schon passiert ist oder wie viele helden jetzt schon waren jetzt haben wir zumindest mal wieder ein vierer jawoll das ist mein minimal ziel gewesen und dann kam er auch sehr schön das freut mich das freut mich so jetzt kann ruhig noch ein fünfer vorbeikommen du nicht du auch nicht naja also die dreierquote ist ja echt ein fünfer ein blauer fünfer war eigentlich sogar eine farbe die doppelt hätte gut sein können aber ja sorry du bist es nicht misandra du bist es einfach nicht aber wir freuen uns über unseren roten und ich bedanke mich fürs zuschauen haut rein bis denn ciao 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 ciao